als würden wir da nicht und dass wir dann jetzt das war zu früh jetzt jetzt gedacht dass wir wenig später abspringen hat geglaubt eine andere stadtdorf aussichtsplattform ok nehmen uns ziehen wo können wir hoch ich vermute mal hier und dann hier ach ich habe es vergessen wir müssen ja gar nicht schieben warte kommen wir darüber haben wir noch was zu ziehen da oben haben wir was zum ziehen dann müssen wir erst da hoch und das dann mitnehmen da nicht mitnehmen hier mitnehmen das war gerade voll die superhelden landung kann das sein schieben wir es auch gleichzeitig yes ja gut so und so ja sehr gut lino und ihr sagt sie frag mich was das beides bedeutet da ist wieder so ein ein augschwein hallo siehst du mich ich sollte mich da vielleicht jetzt schon hin äch lauf au Ferrer hup 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 dramatisch Schön? Ja, es ist... Ja, doch, es ist schön. Hallo! Oh, schade. Ich dachte, ich hätte euch irgendwie mitnehmen können. Uh. Okay. Wir brauchen was. Hallo! Ich nehme nicht mal mit, ja. Oh, und das... Das Geräusch. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Oh, wir haben anders Geräusch gehört. Oh, da hat es gespeichert. Äh. Hallo? Ähm, ja. Okay, war... Okay. Das war eine sehr lange Pause. Ah! Das war einfach. Oha! Können wir... Können wir das durch die Gegend schieben? Oh, jetzt. Hallo? Immer Hannah? Wette, wir sperren uns jetzt selber ein? Nee? Oh, wir sperren uns nicht selber ein. Hä? Können wir das jetzt schieben? Ja, können wir. So, wieder aufmachen. Schwups. Oh, ob das reicht? Ich bin ja nicht davon überzeugt. Oh, doch reicht. Und das sogar ganz ohne Probleme. So, wo ist das Schattenkatzen-Ding jetzt hin? Hallo? Ima? Heißt das Ding Ima? Ist es eine Katze? Ist es ein Hund? Ist es eine Mischung? Oh, das war aber mehr als knapp. Ach so, das ist ein Seil. Ich wollte gerade sagen, das schaffen wir aber nicht. Können wir schwingen? Nicht wirklich. Ist okay. Aber du musst doch hier schon bei einer von meinem Dorf gewesen sein, wenn hier überall Seile sind. Wette, das zerbricht jetzt irgendwo? Ich wusste es. Oh, hier auch. Uhuhu. Ich vermute mal, wir müssen hier rein. Hm. Muss ich vielleicht von da oben da runter springen? Ja, okay. Ah. Hinbocken? Hinbocken. Hinhocken. H. Nicht B. Aber ist okay. Wir kriegen es ja irgendwie zusammen. War ich das schon? Ah. Yes. Nice. Hallo? Schmeißt du uns das runter? Dankeschön. Warum läufst du vor uns weg? Wenn du uns doch hilfst. Bleib doch bei uns. Dann bist du nicht allein und wir sind nicht allein und alle sind happy. Oh, ich dachte gerade, das ist Szene. Jump. Jump. Warum denkt sich einfach, ja, okay, ich wachse hier jetzt. Das ist ein wunderbarer Ort für mich. Und auch gar nicht gefährlich. Und wieder hinhocken. Äh. Oh, oh. Die haben mich da gerade doch erst rausgeholt. Wie lange bleibst du da? Okay. Oh. Nope. 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 Oh, der schockt uns. Okay. Hier ist nichts anderes. Nö, nö. Hoch, ho, 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 ho. Ah. Ha, ha, ha. Upsi. Wo sind wir? Ach, da sind wir. Oh. Also, wir dürfen Schattenkätzchen auch nicht, äh, sterben lassen. Gut, gut. Das versuchen wir also glatt nochmal. Oh, 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 oh. Schnell. Ach so, kommen wir uns nicht hinterher. Okay. Dankeschön. Wäre cool gewesen, wenn wir den da auch hätten einfangen können. Oh, oh. Hallo. Huh. Die Roboter-Spinne war, war schlauer als das Ein-Auge-Schwein. Höhöhöhöhöh. Oh. Errungen. Äh, nicht Errungenschaft. Ja, Erinnerung? Oder was? Wir können laufen. Wir sind... Es hört sich sehr nach Erinnerung an. Zeitlupe. Pssch. Das ist sowas von eine Erinnerung? Oh. Jetzt. Oh, das wird aber tolle dunkel hier. Warte, 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 warte. Ich bin gleich da. Das ist eine Errungenschaft. Ja, Errungenschaft. Erinnerung. Das habe ich bei... Bei Ruhe habe ich auch immer Errungenschaft gesagt, statt Erinnerung. No. Oh, oh. Ah, ah. Okay, wir leben. Oh, ich würde so gerne wissen, was die sagen. Imui. Okay, Lana und Imui. Imui oder Mui? Ah, okay. Gut. Ah, wir können streicheln. Yes. Mui. Okay, nur Mui. Mui das erste Mal gestreichelt. Nice. Hihihi. Oh, süß wie. Okay. Alles geschafft im Spiel. Wir können aufhören. Sehr süß. Ja, sehr cool. Dann würde ich erst mal sagen, dass wir den ersten Abschnitt so ein bisschen durch haben. Wir haben... Okay, die Story ist irgendwie ein wenig verwirrend. Das sieht sehr früh aus im Zeitstrahl. Aber auch gleichzeitig Roboter und irgendwie klaschen da so ein paar Jahrhunderte aneinander. Und man sieht ja auch riesige Sterne am Himmel. Da jetzt im Hintergrund, ob das der Mond ist oder ob das irgendeine andere Galaxie ist. Wer weiß. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, was wir denn da alles entdecken werden. Ich hoffe, euch wird das Spiel genauso gefallen. Es ist wieder ein bisschen ein Story-lastigeres Spiel. Und dann sehen wir uns jetzt wieder regelmäßig. Und bis dahin. Also bis zum nächsten Mal. Oder bis zum Samstag wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.